Wir taten, was uns gefiel. Wir blieben nachts lang auf. Wir zogen uns an, wie wir bräuchten. Heute mögen die Menschen bei besserer Gesundheit sein, aber wir hatten mehr Spaß. Der Zauber der wilden 20er Jahre ist bis heute allgegenwärtig und basiert vor allem auf dem atemberaubenden Tempo, mit dem die Gesellschaft sich damals veränderte und Konventionen über Bord gingen. Niemals zuvor wurde so schnell gelebt, so radikal erneuert und so wild gefeiert. Since my man is gone, I need a little sugar in my bowl, I need a little hot dog between my rolls. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt, liebe nur und sonst gar nichts. Begegnen Sie Bessie Smith, Marlene Dietrich und Claire Waldorf hautnah und erleben Sie das Jazz-Age mit Glamour, Glanz und Gloria bei Fräulein Susi Singvergnügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017